So, bei mir im Studi sitzt Stefan Wittmann. Stefan, du hast uns Zahlen mitgebracht und zwar von der Luca-App, der Corona-Luca-App. Mit der muss man sich ja einchecken an vielen öffentlichen Orten. Und es gibt jetzt neue Zahlen, an welchen Orten wie viel gewarnt wurde. Genau, da gibt es eine Auswertung und das könnte ja jetzt im Verlauf der Pandemie wieder immer wichtiger werden, weil jetzt ja Herbst, Winter kommen, die Zahlen einfach dynamisch sind und exponentiell nach oben gehen gerade. Vielleicht deswegen umso wichtiger zu wissen, wo sind denn eigentlich die Warnherde? Und ich sage bewusst Warnherde und nicht Infektionsherde, weil wir gleich sehen werden in der Auswertung der Luca-App. Es geht jetzt nicht um die Infektionen, sondern es geht darum, wo wurde über die App tatsächlich gewarnt, dass es eine Risikobegegnung gab. Und wir sehen, es ist eine anonymisierte Auswertung. Das heißt, da wurde datenschutzrechtlich zumindest alles eingehalten. Im Oktober 2021 und 181.000 Warnmeldungen gab es insgesamt. Und jetzt schauen wir uns die Verteilung dann gleich mal ansehen. Der größte Batzen, 49,1 Prozent, der geht auf Clubs, 23,2 Prozent Bars. Also allein diese zwei Felder machen gut drei Viertel der Warnmeldungen aus. Jetzt kann man dazu sagen, wir sehen hier noch 10,9 Prozent in den Restaurants. Wo ist der Unterschied? In Clubs, Bars natürlich viel Bewegung, viel Dynamik. Im Restaurant sitzen die Menschen doch eher an ihrem festen Platz. Und wenn dann eben eine Warnmeldung rausgekommen ist und man 25 Meter am nächsten Tisch sitzt, beispielsweise zu der infizierten Person, dann entscheiden die Gesundheitsämter häufig, dass eben nicht gewarnt werden muss. Das ist im Club ein bisschen anders. Schauen wir auf die nächsten Zahlen. 9 Prozent Events und Festivals, 1,7 Prozent. Deutlich weniger als die ersten vier dann mit 1,7 Prozent die Kinos und mit einem Prozent dann eben der Einzelhandel. Das ist vielleicht die überraschende Nachricht, dass das Einkaufen, das Shoppen gar nicht so ein großer Gefahrenherd ist. Dass da relativ wenige Warnungen dann eben letztlich ausgesprochen werden. Und dann kommen im Promillebereich sozusagen Theater, Museum, Kultur mit 0,9 Prozent, der Sport mit 0,8 Prozent und dann nochmal Spas und Schwimmbäder mit 0,6 Prozent. Also diese drei spielen sozusagen in diesem ganzen Warngeschehen kaum eine Rolle. Nur was machen wir? Jetzt haben wir diese Zahlen auf der einen Seite erhoben durch die Luca-App. Und der Mitgründer Smudo, der fordert, dass da jetzt auch was daraus resultiert. Und zwar auf der politischen Seite. Wir können mal reinhören. Also ich kann nicht beurteilen. Ich bin jetzt kein Spezialist aus dem Gesundheitsamt und auch kein Virologe. Ich kann nicht beurteilen, was man in einem Club machen müsste, damit dann dort etwas zu weniger Infektion kommen könnte. Was ich aber weiß ist, dass wenn wir gar nichts wissen, dann müssen wir einfach alles dicht machen. Dann kann man sagen, man kann nicht rausgehen. Aber da wir wissen, dass zum Beispiel in Weimar, was mal Modellregion ganz früh für Luca war, wurde schon sehr früh rausgefunden, dass der Einzelhandel eigentlich fast gar kein Risiko hat. Das ist doch eine Erkenntnis. Mit der kann man doch arbeiten. Dann kann man doch den Einzelhandel ein bisschen lockern. Wenn man rausfällt, okay, Clubs sind schwierig, dann kann man sich überlegen, was können wir machen mit den Clubs. Dann müssen wir uns dort irgendwas überlegen. Und dann haben wir natürlich schon ein höheres Niveau an Freiheit, als wenn wir sagen, wir wissen gar nicht, was los ist. Aber alle infizieren sich, lassen es alles zumachen. Das liegt ja auf der Hand. Also das liegt auf der Hand, sagt er. Es müsste politisch daraus jetzt dann natürlich eine Erkenntnis gewonnen werden. Nicht nur zu wissen, wo die Infektionsherde beziehungsweise die Warnungen sehr hoch sind, sondern eben auch zu realisieren, wo sie niedrig sind. Und dementsprechend, und dann reden wir über das Wörtchen Freiheit, was kann man vielleicht erlauben? Wo muss man restriktiver an die ganze Sache rangehen? Das ist natürlich dann eine Entscheidung der Politik. Dankeschön, Stefan, für diese Zahlen. Vielen Dank.